Ich bin auf der Suche nach den Ursprüngen meines musikalischen Daseins. Es gibt jemanden, dem ich so vieles zu verdanken habe. Er hat mich zu dem Cellisten und Menschen gemacht, der ich heute bin. Mein georgischer Lehrer Eldar Isakaze. Eines Tages gab er mir das Fragment eines Cello-Konzerts. Sein Freund und Zeitgenosse Sulkarn Zinzaze hatte es in den 1960er Jahren komponiert. Übrig geblieben war bloß ein bloßer Stapel Papier. Einige Teilstücke, der Klavierauszug, die Grundidee. Viele Jahre habe ich diesen Schatz mit mir herumgetragen. Heute weiß ich, ich will das Rätsel lösen, das Werk vervollständigen und diese Musik endlich wieder zum Leben erwecken. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank.